Warum ist der Boden kaputt? Warum ist der Boden kaputt? Wir stehen hier in zwei Käse probieren, eine Flasche Whisky, Böhrenschnaps, Flasche Bacali und Wodka schon auch hier rum. Warum hast du denn hier gar... Warum nicht? Du bist glas. Ich hab glas, dein Käse. Du bist glas. Du machst das hier. Ey, David, du hast wieder gesagt warum ist der Boden kaputt. Ich muss sagen, nein.